Herzlich willkommen! Ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor und in diesem kurzen Tutorial möchte ich euch demonstrieren, wie ihr jedes x-beliebige Foto erweitern könnt. Das heißt, ihr habt beispielsweise nur einen Bildausschnitt dessen abfotografiert, was ihr gerne fotografiert hättet, möchtet das aber im Nachhinein vergrößern. Praktisch ist das natürlich eigentlich nicht möglich. Mit künstlicher Intelligenz geht es mittlerweile schon. Ich nutze dazu in diesem Fall Adobe Photoshop in der Beta-Version. In der Beschreibung habe ich euch verlinkt, wie ihr das installieren könnt und auch im Nachgang zu diesem Tutorial könnt ihr nochmal ein Video von mir dazu aufrufen, wo ich zeige, wie das installiert werden kann. Kurz in eigener Sache vorab, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dranbleibt. Abonniert also gerne den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und dann starten wir hier mit meinem Bild. Wir möchten das Ganze croppen, also die Crop-Funktion anwählen und dann kann man es theoretisch verkleinern. Das möchten wir in dem Fall aber tatsächlich nicht tun. Wir gehen hierbei und sagen, wir möchten den unteren Teil des Körpers mit dazu bauen und das reicht uns an der Stelle erstmal bestätigen mit Enter. Jetzt haben wir hier einen größeren Bildausschnitt und ja, der ist noch komplett weiß. Dazu wählen wir einfach das Rechteck-Auswahlwerkzeug an, wählen einen kleinen Teil von dem Bild an, der da mit rein soll und den Rest des Bildes und sagen hier generative Füllung. Er wird uns auffordern, einen Befehl hier einzutippen in englischer Sprache und ich kopiere hier mal, geht nicht. Dann sage ich, generative Füll, the rest of the body, also den Rest meines Körpers und in the background long-sleeved, also langärmlich, businessman-style. So, ich denke, das reicht und dann sage ich hier generieren. Dann rechnet Photoshop einen Moment. Nachdem ich generieren geklickt habe, rechnet Photoshop einen kurzen Moment und dann haben wir hier schon einen ersten Vorschlag, aber in der Tat sind es drei Vorschläge, die wir hier haben und wir können dann hier über diese Buttons zwischen den Vorschlagen hin und her navigieren. Das ist der zweite Vorschlag, der mir relativ gut gefällt und der dritte Vorschlag auch nicht schlecht, aber ich würde dann tatsächlich bei diesem Vorschlag bleiben. Das ist eigentlich schon das Resultat. Ich habe hier sogar noch ein anderes Ergebnis. Da habe ich ein bisschen mehr von mir generieren lassen. Ich habe auch noch gesagt, dass es fotorealistisch sein soll an einer Stelle mal, aber ja, das ist das Ergebnis, das ich euch zeigen wollte. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Ausprobieren. Natürlich könnt ihr im Nachgang beigehen und das Ganze dann verändern und verbessern, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Tutorial.